Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yakuza Zero. Ich hab nochmal nachgeschaut, wie man die ein oder andere Hostess nochmal freischaltet. Einige bekommen wir durch Missionen, aber es gibt ein, zwei, die wir recht easy freischalten können. Und das nämlich über den Strein. Hab ich nämlich gar nicht drüber nachgedacht. Und ja, bei ihm war das, nee, das war nicht bei ihm, sorry. Äh, es war hier. Exchange CP. Und dann hast du hier Business. Und hier kannst du dann alle nach und nach... Warum kann ich das nicht nehmen? Ah, excuse me, yeah. Ich glaub, das ist erstmal Junko. You're the club sunshine, right? Mein Name ist Junko. Kann ich in deinem Club arbeiten? Junko... Das glaub ich... Nee, das müsste eine Silber bringen. Ja, Silberer. Mein Name ist Junko-Chan, huh? Es ist so, man kann später auch hier Goldene freischalten. Ich würde einfach mal... Ich würde einfach mal... So, jetzt kommt die Nächste. Hey, yeah. You are with Club sunshine, right? Mein Name ist Akina. Can I work for you at your club? Akina-Chan, huh? You seem like really popular at your club. Bla, bla, bla. Ah, jetzt haben wir eine Goldene, genau. So. Nächstes. Wir können auch hier... Das... Sowas, ne? Scattered Money oder so. Money from enemies. Aber wir wollen ja eigentlich... unser... Geschäft voranbringen. Deswegen machen wir das erstmal hier. Was kommt? Excuse me. Yeah. Oh, das ist der Club sunshine. Hyo. Hyo Sun. Und damit haben wir Shio. Und damit können wir auch wieder unser... Ding durchziehen. Wir werden sogar den Club renovieren einmal. Das ist auch gut. So. Hey. Hyo. Yeah. I'm... Your Club sunshine. Marilyn. Mein Name ist Marilyn. Marilyn-Chan. Yo. Ah. Jetzt haben wir mal eine Bronze bekommen. Was ja eigentlich nicht schlimm ist. Ähm. Also custom call. So. Jetzt kommt hier. Yeah. You're of Club sunshine. Right? Mein Name ist Kyoko. Okay. Kyoko-Chan. Silberne. Okay. Sehr gut. Eine goldene haben wir. Das ist schon mal sehr sexy, finde ich. Damit... Äh. Sexy in dem Zusammenhang ist ein bisschen komisch. Okay. Interior. Und dann hier. Noch ein paar kriegen wir. Hey. Yeah. Oh. Wo. You're of Club sunshine. Right? Mein Name ist Shizuka. Könnte Gold sein. You got a sexy look. I think you'd be popular at our Club. Yo. Looks like we got a real winner. I'm gonna have to stay. Mein Name up. Und je mehr Punkte wir bekommen, desto mehr, ja. Mehr besondere Personen bekommen wir und so weiter. Excuse me. Yeah. You're of Club sunshine. Mein Name ist Saiko. Yo. Saiko ist eine Goldhust. Das ist so. Äh. Wir können noch zwei holen, ne? Ne. Eine nur noch. Aber wir haben noch eine Mission zu machen. Da weiß ich auf jeden Fall. Excuse me. Yeah. You're of Club sunshine. Shizu. Of course we have all. Eine Bronze. Ist nicht schlecht. Looks like we got a real winner. Und so weiter. Okay. Ähm. Dann. Gibt es noch eine Mission zu machen. Tatsächlich mehrere. Oh nein. Ciao Bruder. Keine Lust jetzt gegen den zu kämpfen. Ähm. Die Frau. Das Mädel mit der Puppe. Da kriegen wir eine, eine Frau noch dazu. Und dann fehlt uns noch eine Mission. Aber ich weiß nicht, wo wir die Kerk kriegen. Das ist halt immer so das Problem jetzt. Ähm. Es gibt einige Missionen, die müssen wir machen, um noch jemanden freizuschalten. Ich glaube, das kriegen wir zwar hin, aber... Ihr wisst ja immer, wie es ist, ne? Ähm. Ach ja. Ja, komm. Komm her, Dicke. So, guck mal hier. Gerade der Dicke bekommt das nochmal auf den Top, aller. Und jetzt hier. Und jetzt gibt es den wilden Ritt einmal. Und. Und. Zack. Nicht mit mir, Kumpel. Da hast du. Sehr schön. 700.000 fast. Ähm. Genau. Sie hier. Okay. Okay. You back, kiddo. Ich bin froh, dass ich es habe, aber ich bin nicht schuldig. Ich habe keinen Vater, meine Mutter ist immer so. Und sie sagt, es gibt kein Geld für Fribullo's Finges, so ich wollte es einfach mal schauen. Du bist auch schon wieder zurückgekommen. Ich will nicht, dass deine Mutter sich über deine Duya beschäftigt. Ich weiß, ich will nur noch ein bisschen länger schauen, dann gehe ich nach Hause. Jede Sekunde schaue sich um diese Teil der Stadt. Du rischst zu viel Geld. Der einzige Weg, um sie sich selbst zu halten, ist, um sie zu holen. Natürlich müssen wir das nochmal machen. Gibt es hier das blaue? Ich sehe kein blaues Quirrell. Dann bitten wir ihn noch einmal zu wechseln. Danke. Hier ist Josef. Jo. Danke. Du bist der Beste. Gibt es einen Blue Squirrel? Es gibt ein grünes. Und andere. Leider nicht. Du musst noch ein bisschen gucken. Aber das finde ich gut gemacht, dass man das immer austauschen lassen kann. Ah, die sind auch super beliebt, die Dinger hier. In Japan. Das sind keine Blue Squirrels. Aber hier sind auch keine. Ja. Also ich glaube, das ist nicht blau, was sie meinte. Nochmal. Dass man kein Glück haben kann. Mhm. Okay. Okay. Wir gehen nochmal. Wir gehen doch nochmal hin. Ne. Hier ist wieder einer. Das ist kein Squirrel. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das da hinten ist. Ich weiß es nicht. Wir testen es mal aus. Ich weiß nicht, ob es das blaue ist. Ich will das da haben. Okay. Das wird ganz knapp, glaube ich. Oder? Ja. Da ist nix. Jetzt nochmal. Ah, das wird ein bisschen zu weit. Oder? Oder? Ich glaube, wir müssten noch weiter nach hinten. Oh. Mann, 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 Mann. Beim ersten Mal war es so einfach. Jetzt liegt es da hinten. Ganz nach hinten. Und runter. Pax. Komm. Aber anständig. Das könnte es sein. Ist nicht dein Ernst. Okay. Ich will dieses Squirrel haben. Jetzt bin ich heiß drauf. Ich weiß halt nicht, ob das das blaue ist, was gemeint ist. Oh, ich glaube wir haben es. Okay. Congratulations. Ja gut. Das ist mit blau gemeint. Alles klar. Okay. Ai, 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 ai. Das muss man doch mal sagen. Das ist. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ich habe. Das ist ein Schuss. not the squirrel. You hand it over in blue. Wow, it's a blue chestnut squirrel. You take care of them squirrels and my... Really? I can't believe it. Everyone's doing so jealous when I show them at school tomorrow. Jealous of that little thing? Yeah, there we can always talk about their daddies buying them dolls and they show them to each other. I get left out whenever that happens, but now I'll have something to talk about. I'm glad for a scum, but ain't your daddy. I wouldn't really know, but don't daddies buy things for kids? I suppose it depends, but that's a dad thing, yeah. I knew it. So, if I did have a daddy, he'd be kinda like you, right? How do you figure? Because you gave me two dolls. I did bad. See? And you look old enough to be a daddy, so you're just like a daddy to me. Old kid's finger. I am. I wish you could be my real daddy, sir. Wow, 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 wow. You know, that ain't gonna happen, right? Well, can I just call you daddy then? Say what? Oh, you don't want me to. My choices are sir or daddy, huh? And the font of evil, but what's the right play here? Majima-san, come. Huh? You gotta show respect to your elders. How about using my proper name, Majima-san? Majima-san. That's better. Ah, now I went and hurt her feelings. Why is this gotta be so damn round? Or whatever you want, I don't care. Really? Yay, I like daddy best, damn. Oh no. I'm getting some mix for me here, kiddo. You're best get back to your mom. Okay, bye, daddy. Oh, good. We take care on your way home. Das ist halt so das Schwierige, ne? Wir sind halt nicht ihr Papa. Ähm, ja. Apropos, wir wollten noch wohin. Ist wohl verpeilt. Tiger and Dragon hab ich ganz vergessen. Hi. So. Was haben wir denn? Blue Ridge, Tomalin, Great Circle Skin. Ist ja schön. Kann ich mehr... Ähm... Ich würde gerne ein paar Aufträge... So. So, nimm. Ciao. Noch einer? You're already... Okay. Okay, wir können nur einmal... Können wir hier reparen. Buy equipment. Lumber pipe. Stun gun. Super spicy knife. Metal bed. Hammer. Slime gun. Containing a slimy liquid. Modified light. Women in Chaco. Kali 6. Modified gun. Manga Magazine. Das hab ich halt... Hab ich... Hier war ich hier, ne? Ich hab fast gefühlt alles. Was ich aber gerne hätte... Wo ist denn das? Nein, 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 nein. Ah ne, super spicy knife hab ich hier schon eins. Oh, kutsch. Alles klar. Kann ich irgendwas craften, irgendwas Neues? Nein. Okay. Dann geh ich. Ich hab mir das Zeug einfach mal geholt. Falls wir es brauchen. Okay. So. Ich guck mal, ob die junge Dame wieder da ist. Ist das eine kleine Frau, die sich wieder öffnet? Okay. Und jetzt reden wir mal. Welcher ist es jetzt? Ah. Daddy, you scared me. You really got an eye for these dolls, don't you? It's just the pink bunchen looks really pretty. Pretty or not, didn't I tell you how dangerous this area can get? You are not looking for trouble, are you? No, I'm sorry. Here we go again. Pink bunchen. Pink bunchen. Was soll ich denn schon wieder? Is this... Ähm. Ja, toll. Danke. Ich schätze mal, es ist... Das da hinten, ne? Ich lass nochmal kurz austauschen, weil... So. Einmal bitte changen. Danke. Of course. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ähm. Okay. Also... Ja, wir gucken nochmal. Ich glaube, das Bunchen Fink ist genau dieses Flugtierchen. Nur, dass es ein Pink sein muss. Ah ne. Sorry, falsch. Das hier. Es ist süß. Definitiv. Okay. Oh, vielleicht doch. Nein. Nein, 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 nein. Uff, Ketchup. Dein bester Freund. Oh, das könnte gut sein. Das ist aber super schwer zu kriegen. Ja, es fällt wieder raus. Es ist halt nicht so toll, wie man glaubt. Toll, wie man glaubt. Okay. Ich hoffe. Es sieht zwar gut aus, aber ihr wisst ja, wie es ist. Natürlich hin ist an den anderen. Okay. Also, versuchen wir mal. Eine Million. Kinderalter. Vielleicht... Nein. Ich schieb's halt immer mal rein. Das ist halt so das Problem. Okay. Vielleicht ist das da hinten sogar besser. Okay, wir probieren das mal. Wenn das einfacher ist, dann ist klar. Nein. Ah, das ist echt schwer. Und, 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 und. Stopp. Das könnte gut sein. Und das fällt runter. Das sind gar nicht so einfach zu greifen, die kleinen Kücher. Oh. Ich versuch das nochmal hier vorne. Vielleicht hab ich ja Glück, aber ich glaube nicht, weil... In den anderen Stofftieren halt. Oh, fast hätte ich das andere mitgenommen, ha? Oh, ist das eklig. Vielleicht jetzt. Oh, nein. Dann versuch ich's ganz hinten bei dem kleinen Viech. Ich versuch ich's mal bei dem anderen Automaten, das ist ja echt, echt ein Krampf hier. Vielleicht hab ich hier echt viel mehr Glück. Und... Oh, das könnte gut gehen. Ah, das ist dumme Viech. Okay. Vielleicht jetzt. Es sind halt hier nicht diese ganzen Knuddelfiecher drumherum, ne? Oh. Oh. Nein. Oh. Aber jetzt könnte's gehen, jetzt könnte's gehen. Jetzt ist es schön in der Mitte. Jetzt. Ich glaub, es wird mir eh wieder rausflutschen, ha? Nein. Nein. Er sieht gut aus. Oh, nein. Congratulations. A bunch and pink sparrow. Irgendwie so ein Mischding. Sie wollte es in pink haben, ne? Heißt es, ich muss es noch in der anderen Farbe fangen? Oh, ich würd ausflippen. Ja, ja, ich weiß. What? Bunch and Doll. Yeah, I am. I have no one pink Bunch and Dolls now. Ah, I have one. I have no one. Ich glaub, das ist... There you go. Oh, they're bouncing little Bunchen. Oh, a real big, uh, pink Bunchen. Thank you so much. Say, how come you like Dolls so much? Oh, I'm just all alone when I'm home. Having my scrolls around feels like I have friends over. That's why Dolls are the best. Yeah, that's nice. And now Bunchen gets to join the family. Thanks for everything, Daddy. I'm going to take such good care of you. Yeah, yeah, now you go back to your mom. Okay, bye-bye. Maybe now that the party is completely... No reason for her to hang around here anymore, I hope. Okay. Und ich glaub, dann fehlt nur noch eine. Pippa, vielleicht machen wir das gleich noch. Ich frag hier nochmal kurz nach. Hallo? Hi. Ja, was hast du denn für mich? Yoshitsuki. Okay. Dann... Ja, guck mal, Surge. Find mir irgendwas Spannendes. Brasilian Mafia. Ich meine, wie gesagt, mich bockt das Geld halt kaum noch. Nix mehr. Danke. Ciao. Und damit können wir wieder gehen. Und dann gehen wir gleich wieder rüber zu der Kleinen. Und die wartet auf das nächste Stofftier. Ich denke mal. Gell? Ja. Oh nein. Das ist vorhin... Hm. Das wird gebohrlich her Eishaut. Oh Mann. Und ich würd sagen, das machen wir aber die nächste Folge. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.